Das Licht nimmt eine Fahrt zu, der Druck im Kessel steigt, die Lupenvergrößerung zeigt immer mehr auf, wo es hapert, das Brennglas verstärkt es immens und in dir mag dieser Druck fühlbar sein in Form von körperlichen Empfindungen, von seelischen Ungleichgewichten. Du spürst, es wird härter, es wird stärker, alles wird klarer und auch alles Unklare wird klarer auf den Tisch gelegt. Was läuft gerade wieder mal ab? Heute in diesem Podcast gehe ich genau auf diese Empfindungen ein, was ist los, warum ist es so, warum macht es auch Sinn, dass es so ist. Alles ist gut, alles wird gut, wenn du weitermachst. In dem Sinne, freue dich auf den Podcast, bis gleich, deine Helga. Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Karfreitag ist es heute. Karfreitag, ein besonderer Tag. Es geht um Kommen und Gehen, Leben und Tod, um die Vergänglichkeit. Es ist eine spannende Zeit, schon länger, nicht eher seit gestern, wisst ihr ja alle. Wir haben jetzt seit über einem Jahr eine stark veränderte Situation auf der kompletten Erde, nicht nur regional bedingt, sondern überregional, sozusagen weltweit, passiert etwas mit uns allen. Ich möchte es heute mal in dem Podcast in Worte packen. Ihr wisst ja, dass ich Worte liebe, dass ich Bildsprache liebe und dass meine Aufgabe, die mir vor Jahren zugetragen wurde, zu tun, nämlich Wissen zu vermitteln, aufzuwecken und Menschen auf ihrem Weg ins Wachwerden, ins Freisein hinein zu begleiten und begleiten zu dürfen. Das war für mich am Anfang das, was ich nicht wusste, was wird werden. Ich habe angefangen, es zu tun, weil es anstand, weil ich es konnte und weil ich es wollte. Und daraus ist jetzt in diesen acht Jahren, die ich es jetzt mache, eine so große Möglichkeit entstanden, über meine YouTube-Videos, über das Arbeiten mit Menschen, die weiter wollen, etwas in der Welt zu bewegen, etwas in dir in Bewegung zu setzen, die dieses Video sieht oder der das Video sieht und hört. Und auch seit Neuestem in Zoom-Meetings, in Workshops weitergeben zu dürfen, was mir eine sehr große Freude und auch Ehre ist, das tun zu dürfen, weil es mir leicht fällt, dieses Wissen weiterzugeben, weil es mir große Freude macht und weil ich spüre, dass es wichtig ist, sich bewusst zu machen, was denn überhaupt momentan geschieht. Wenn wir nicht genau hinschauen, könnte es übersehen werden, weil der Mensch, leider ja, oder der Verstand, sagen wir es mal so, der Verstand des Menschen, der Ego-Verstand des Menschen, oft nicht gewillt ist, genau hinzuschauen und auch die große Macht hat, weil er eben erst immer schon so getan hat, uns die Dinge schön zurechtzulegen, dass wir glauben, ach ja, das ist jetzt die Wahrheit, dabei ist es das gar nicht. Wir werden sozusagen von uns selber belogen. Das ist jetzt nicht unüblich. Selbstbetrug ist eine der größten Betrügereien, die tagtäglich geschehen, die ich auch in meinen Erstberatungen ganz oft höre. Ja, ich bin ja schon so weit und dann schauen wir hin und dann merken wir, naja, so weit ist es dann doch noch nicht, wie geglaubt wurde. Also es ist eine spannende Zeit und was ist denn jetzt überhaupt das, um was es geht? In ganz einfachen Worten gesagt, ist es eine Art, naja, fange ich anders an, ich fange anders an. Was ist dieses Corona? Was ist dieses Ganze, was da geschieht? Was macht dieser unsichtbare, naja, Gegner kann man sagen oder Herausforderer? Ich möchte jetzt nicht ein anderes Wort nehmen, weil das ist so regerisch angehaucht. Auf jeden Fall. Was macht dieser Herausforderer denn jetzt mit uns? Wobei, dieser Herausforderer könnte auch weiblicher Natur sein. Wir wissen ja nicht genau, ist es ein Er oder ein Sie. Wir nennen es zwar den Virus. Na gut, das mal nur am Rande. Doch was macht dieser Virus denn jetzt? Er ist genau, er ist für mich gesehen, oder wie ich es empfinde, ein Brennglas. Ein Verstärker dessen, was immer schon da gewesen ist. Und es ist wie eine Art Vergrößerungslupe. Es macht das noch sichtbarer, was immer schon im Verborgenen sein Unwesen getrieben hatte. Allerdings halt im Dunkel. Und wenn es im Dunkel liegt, wird es nicht gesehen. Und wenn es nicht gesehen wird, kann es nicht verändert werden. Und wenn es nicht verändert werden kann, bleibt es, wie es ist. Doch nun, in dieser Zeit, in der wir jetzt alle hier auf der Erde leben und schauen, wie wir irgendwie durch diese heftige Zeit hindurchkommen, mal weniger gut, mal besser. Zur Zeit läuft es eher wieder etwas heavier, also schwieriger, heftiger. Die Energien sind knallhart, die runterkommen. Sie durchleuchten es noch stärker. Sie benennen es noch klarer. Wir können noch weniger nicht hinschauen. Es bedarf der Beobachtung. Es bedarf des Hinschauens und des genau Hinschauens. Nicht nur so ein bisschen drüber schauen. Naja, wir schauen mal ein bisschen hin und trotzdem nicht hin. Kennst du das in deinem Leben? Du schaust zwar hin und erkennst es trotzdem nicht. Nicht, weil du es nicht erkennen könntest, sondern eher deswegen, weil du es nicht erkennen möchtest. Weil etwas in dir nicht die Bereitschaft hat, ehrlich hinzuschauen. Doch genau das ist die Zeitqualität. Es muss ehrlich hingeschaut werden, ehrlich hingefühlt werden. Unehrlichkeit wird nicht groß gefördert. Und es ist zwar immer noch in großer Menge da, Unehrlichkeit und Mauscheleien und nicht genau hinschauen, ist immer noch in großer Menge da. Allerdings das Licht wird stärker. Es wird heller. Die Strahlkraft des Lichts wird stärker. Und aller Unrat, aller Mist, der bislang im Dunkeln seine Taten tun konnte, wird aufgedeckt, wird sichtbar. Und damit geschieht Folgendes. Dieses Brennglas, dieses Vergrößerungsglas, dessen, was wir seit über einem Jahr ausgesetzt sind, nimmt dann Fahrt auf. Die Unzufriedenheit nimmt zu. Ich kann es in jedem spüren. Ich kann es in mir spüren, in den Katzen spüren, weil sie essen nichts mehr, sie wollen nicht mehr. Sie sitzen apathisch rum, als ob sie die Nase gestrichen voll hätten von diesem Geschehen, von diesem immer noch nicht genau genug hinschauen. Sie haben die Nase voll. Sie haben keinen Bock mehr. Und genau das, was die Katzen mir spiegeln, spüre ich in mir. Ehrlich gesagt, habe ich keinen Bock mehr auf diese ehrlich so unklare Situation, auf dieses immer noch nicht wirklich Faktenreden, immer noch die Dinge schön zeichnen. Nützt nichts. Das Licht lässt es nicht durchgehen. Wir können es nicht länger im Verborgenen halten. Ganz gleich, ob es dir im Privaten so geht, in deinem Dualseelen- und Seelenpartnerentwicklungsweg so geht, oder wo auch immer du erkennst, dass du dir selbst etwas schön geredet hattest, etwas schön zurechtgelegt hattest und sogar daran geglaubt hattest, dass es so ist. Und nun, da die Energie steigt und das Licht heller wird und mehr ausleuchtet, erkennst du, hm, tja, habe ich mir doch tatsächlich wieder mal was schön geredet. Besser gesagt, dein Ego-Verstand hat das gemacht. Im innersten Kern deines Wesens hast du es immer schon gefühlt, dass das nicht die Wahrheit ist. Du hast es gefühlt, hast aber diesem Wissen wenig oder gar keine Beachtung geschenkt oder, wenn es da wieder mal hochkam, schnell wieder verdrängt. Doch das ist jetzt immer schwerer machbar. Klar kann man es noch verdrängen, wird auch häufig noch gemacht. Allerdings lässt es sich nicht mehr so lange verdrängen, es kommt schnell wieder an die Oberfläche. Das Brennglas wirkt, die Vergrößerungslupe wirkt. Du kannst gar nicht mehr nicht hinschauen, auch wenn es dir nicht gefällt, was du siehst. Vielleicht siehst du deine eigenen Unzulänglichkeiten, dein eigenes Dich-nicht-weiter-bewegen, dein eigenes ängstliches Festhalten oder es dir schön reden, zurechtrücken, damit es doch irgendwie noch passt, damit du ja nichts verändern musst in deinem Leben. Das kann passieren, das ist aber auch ganz normal. Doch je mehr der Druck steigen wird, und ich kann euch eines sagen, der Druck wird weiterhin zunehmen. Das, worauf so viele hoffen, dass es irgendwann plötzlich alles zu Ende sein wird, diese Hoffnung kann ich euch nehmen. Das wird nicht einfach plötzlich alles zu Ende sein. Es wird nie wieder so sein, wie es vor dem Jahr 2020 war. Es wird anders sein. Und das nennt man Entwicklung. Es wird nicht wieder das sein, wie es im Jahr 2019 war, im Jahr 2000 war, im Jahr 1980 war. Geht gar nicht. Es geht um die stetige Weiterentwicklung der Menschheit, der Welt, der Mutter Erde, des Universums, des Kosmos. Ich habe es immer wieder in vielen Videos auch schon erwähnt, und es ist eben dieses Bild der Stagnation und dieser Vergänglichkeit. Wenn etwas sich nicht mehr weiterentwickelt und stagniert, dann ist bereits der Sterbeprozess eingeläutet worden. Das heißt, wenn du spürst, dass du in dieser Beziehung nicht weiterkommst, oder wenn du spürst, dass du in dieser Arbeit im Grunde keine wirkliche Weiterentwicklung mehr erkennen kannst, wäre eigentlich das Normalste der Welt, es zu verändern, loszulassen und dich auf neue Wege zu begeben. Und genau das soll jetzt immer mehr stattfinden. Weiterentwicklung, loslaufen, ankommen bei dir selbst, in deinem wirklichen, wahren Wesen und nicht das zu leben, was du glaubst zu sein oder glaubst sein zu müssen, damit du ein paar Almosen erhältst von Wertschätzung und dich anscheinend geliebt fühlst. Doch ich kann dir eines sagen, das, was du für Liebe erachtest und für Liebe hältst, ist ganz oft eine große Illusion deines Ego-Verstandes. Aufgebaut auf deiner Denkstruktur, deiner Programmstruktur, deines Erlebens, das du als Kind bekommen hast, wo es hieß, ja so musst du sein, du liebes Kind, dann habe ich dich lieb. Wenn du so bist, dann bist du böse, 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 böse und dann gibt es auf die Fingerchen. Ja, und hast du halt dich angepasst, du liebe Seele, du hast dich angepasst, um Liebe zu bekommen, geliebt dich zu fühlen und damit du nicht alleine bist. Und genau diesen Kompromiss leben die allermeisten Menschen heute noch in ihrer Beziehung mit dem Menschen, von dem sie glauben, dass sie ihn lieben und dass er sie liebt. Der Fakt ist tatsächlich, es ist eine Illusion. Es ist nicht die Wahrheit. Es ist ein Programm. Es ist dein Denker, das dir das signalisiert, dass es das ist, was du haben musst, damit du nicht untergehst. Und damit ist es ein Kindheitsprogramm. Und als Kind war es fatal, keine Liebe zu erhalten, es war gleich einem Todesurteil. Keine Fürsorge zu erhalten, ist für ein Kind gleich einem Todesurteil. Also tut ein Kind alles dafür, dass es geliebt wird und passt sich eben an. Und sofern du diese Anpassung nicht rausschmeißt und veränderst, wirst du bis zum Lebensende die Programme deiner Kindheit einfach nur immer und immer und immer immer wieder wiederholen. Und wenn du Pech hast, ach nee, sagen wir mal eher so, wenn du Glück hast, fällst du dir gar nicht mal auf. Wenn du Pech hast, kann man sagen, fällst du dir auf und dann bist du unglücklich. Wiederum ist Pech und Glück aber auch nur wieder eine Definition des Verstandes. Im Grunde kann ich sagen, zum Glück hast du erkannt, dass es das nicht ist. Du wirst es zwar als Pech vielleicht beschreiben in deinem verletzten Ego-Verstand. Im Endeffekt allerdings ist es ein Glück, dass du es erkennst. Weil erst wenn du es erkennst, kannst du es ändern. Wenn du es nicht erkennst, bleibst du im gleichen Kreislauf gefangen. In einem großen, großen, stetigen Kreislauf von etwas glauben, das nicht wirklich stimmt. Und in dieser heutigen Zeit, auch gerade jetzt um die Osterzeit herum, wird dieses Kommen und dieses Gehen, diese Vergänglichkeit wieder in den Blick gerückt. Etwas geht, was anderes kann kommen. also lasse all die alten Dinge los. Auch Beziehungen, die nicht passen. Auch Gedanken, die nicht mehr passend sind. Verhaltensweisen, die nicht mehr passen. Denkweisen, die nicht deine sind, die du übernommen hast. Von den Eltern, von was weiß ich wem. Stelle bitte alles auf diesen Prüfstand und prüfe nach, ob du das wirklich möchtest. Willst du dich weiterhin genauso fühlen, wie es derzeit ist? Willst du genau dieses Erleben mit diesem Menschen, mit diesem Mann, dieser Frau, die du Dualseele nennst, oder Seelenpartner nennst, ohne Aussicht auf eine Verbesserung? Oder ist die Zeit reif zu sagen, nein, danke. Bis hierher und nicht mehr weiter. Ab heute stelle ich mir andere Fragen und auf andere Fragen wirst du andere Antworten bekommen. Und die Frage, die du dir jeden Tag stellen solltest, ist die, wie will ich es wirklich haben? Wie will ich wirklich in diesem Leben leben? Was ist mir wichtig? Was fühlt sich für mich gut an? Was begeistert mich? Was macht Freude? Was lässt mich tanzen und lachen und singen? Und genau das, was dann als Antwort kommt, das mache bitte, du liebe Seele. Und alles andere, was dich weinen lässt, jammern lässt, verzweifeln lässt, wehklagen lässt, dich einsam zurücklässt, schmeiß in die Tonne, Deckel auf, misst rein, Deckel zu und dann schau wieder genau dahin, wohin du möchtest. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du bereit bist, diese Chance zu nutzen, dieses Licht, das in so großer Menge jetzt herunter kommt aus dem Kosmos zu nutzen, diese Klarheit zu nutzen, dieses Brennglas, dieses Vergrößerungsglas, dessen, was wir gerade erleben, wirklich und effektiv zu nutzen, damit du endlich zu 100% wieder bei dir ankommst und alles andere, was du nicht bist, der Vergangenheit angehören darf. Alles, alles Liebe, hab eine wunderschöne Zeit, ich grüße dich von Herzen und sage Tschüss, bis zu einem anderen Video oder Podcast. Alles Liebe, deine Helga. Bis zum nächsten Mal.